ja hey willkommen mein name ist der new lp und ich möchte euch zurück zu let's play kangamads final 6 in der letzten folge haben wir travers schlüsselloch gefunden und haben uns hier in arena versuchen haben so noch voll auf die fresse bekommen ich habe übrigens die items hier wieder nach gefüllt und ja ist egal machen wir das weiß ich nicht die belöhnung ist auch nicht so gut also verschieben man hat bis ich weiß nicht die nächste level die nächste welt war so erlegt habe und apropos nächste welt wir ist ein wurm noch darf gehen wir mal hin weil damit kommen wir zur nächsten welt schöne das muss ja auch nicht mal die gummi schiff guten ausschneiden die einzigen die ich jetzt zeigen weil sie sind immer die neuen also wie jetzt zum beispiel also kein guter wieder aufzuschneiden das ist das das ist das das ist das irgendwie unheimlich aus ob es wird zu neuen welten führt naja was einfliegen jedenfalls schon mal neue schiff und das ist auch ein aus dem weg sirene das siren ist schon meine fancy das noch ein bauplan und noch einer ich glaube ich habe gar kein verletzt auf das ist ein sterne und sie kann ein vollheim jetzt machen wir gucken dass wir am bauplan garantiert einfach eben also gerade nicht eigentlich damit glaube ich auch immer die baupläne von den schiffen einiger man gerade kaputt gemacht hat also von dem ich an oder kann sagen ja okay weiter und musikern hat sich das hat uns an dass die welt jetzt vielleicht etwas schwieriger werden das ist ein bisschen auffällig was hat für die welt das ist eine agra war schön dann gehen wir rein da und kümmern uns da um das geschäftliche goldene stein ist übrigens was ist das mit den komischen titeln jeder weiß doch was agra war ist der hotless are searching for it now im certain we'll find it soon enough die man und frau so that just leaves Ah! Ah! Jafar! Ich habe überall nach Jasmin gezogen. Sie verabschiedelt wie Magik. Hm. Die Frau ist mehr Problem als sie es wert. Du hast gesagt, du hast alles unter Kontrolle. Agrabah ist voll von Hohlen für Rats zu hide in. Aber warum über Prinzessin Jasmin? Mit ihr, oder ohne sie? Wahrscheinlich wird dieser Welt sein, wenn wir die Schlüssel finden. Wir brauchen alle sieben Prinzessinnen von Hohlen, um die letzte Tür zu öffnen. Ein kleiner ist sinnvoll. Na ja, wenn die Prinzessin so wichtig ist, wir finden sie. Find Jasmin und sie zu mir. Wunderbar! Don't sleep yourself in darkness too long... ...the heartless consume...the careless... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... mein wasser die blöd die nicht zukünftig und so hat es direkt der trotz ich hätte auch ihre einsetzungen gesagt jetzt nichts mit ein bisschen möglich der anfang ist dann okay wenn du so ein fan von solchen zusatz angriff stinger wird jetzt noch mal zu zeigen also ganz simple kombos das auch nicht wieso wollen wir mal die wahl zwischen mehreren sachen nicht über so kann man denn die sache auch mega portion es hat sogar eine aufgerüstet und ja da komme ich nie im nebenan da brauchen grünen trete ich natürlich jetzt vorgab ich die arena nicht geschafft dann komme ich irgendwie weil ich fahre will später wieder dann geht da eigentlich doch wie kann man schon lange nicht mehr da ich bin hier ganz viele sachen das hat mich noch ein krug bitte Geld, Mann! Oh! Oh! Ach, aber das ist ja, muss ich sagen. wir fehlen aber auch erst gesagt noch ein paar entscheidende ability ist mein überleben zu sichern nicht mal zu geben weil ich die alle ab ja weiß man sich die bekommen was auch alles die auswendig nachdem ob man gewählt hat am anfang also schwert starb oder schild ja mann ich müsste ein schwertig mal defensiv das sind die für die verfehlenden deswegen denkt man sich die einführungsformat für anders genommen hätte denke ich die frage sind fragezeichen fragezeichen das haus ja da ist ein teppich die man auch nicht alle tage jetzt hätte ich jetzt der wiese geflogen aber das sind zweite gestalter kunden übrigens was zum tag war das noch mal tägliche gegend geflogen ja dort zum schimmer ist wir sehen stech irgendwo geöffnet weil ich das wissen ich habe nichts gehören aber okay dann weiß ich jetzt was passiert steht ihr was ich meine ich hab uns gesagt ich habe eigentlich mal gedacht aber ich habe richtig okay ich glaube das war's für ihn dann kann man glaube ich noch nicht hin oder da auch nicht über daran das klappt wirklich hier nächsten raum sag ich mal gegangen mein name ist ja nie mein vater ist ja so taten agra war da war ich schon immer bescheuert na hallo ich bin ja voll loyalty und was ich bin voll super wichtig hier sollte mich besser nicht kennen also bist du eine prinzessin aber er wurde von jaffar gestürzt der nun über die stadt herrscht jaffar doch nicht von ihm gehört ist der groß wie sie er besitzt böse kräfte und hat einfach unterworfen er sucht zu verzweifeln etwas er sucht verzweifeln etwas der nennen es das schlüsselloch erfahrt mich auf der flucht erwischt aber er hat mir geholfen wer hat ihr geholfen wir hatten uns in der nähe versteht aber er musste noch etwas erledigen wo ich ja für alle ist nichts passiert was hast du eigentlich gegen ratten ich bin die tochter vom system von agra war ich bin die tochter vom system von agra war wenn ihr böse wert könntet ihr weiß ich nicht sonst was wir machen voll dämlich weil wir klauern so was raus weiß ich mir wieder haben umstecken kann mach doch extra stech ja wir fallen runter also aufwarten vielleicht klopft mich durch kommen hallo zwei erfahrungspunkte oder sowas das war hier wieder das war hier da müssen wir zu denken zur wüste zur wüsten wüste so wenn ich es nur wüste was hast du die wortspielen in dem spiel du bist neumalig wenn ich es nur wüste großbrutalien mag es nicht wenn spiel sowas machen oder allgemein das war eigentlich für ein muster also zwei tiger gesehen als ich zum ersten mal sieht mein rücken aus genauso will er uns fliegen alle an bord das war er ist kann ich kommen zu retten oh mein gott Wir sind genug Pfeil-Dünger. Ich würde sagen, ich könnte mich auch auf Donuts verlassen, aber ja. Aua. Ach, weißt du, ich warte, bis du genüssig deine Schwerte ziehst, oder was? Ich kann mich nicht bewegen, haha. Genie, weg von diesen Leuten! So überschwindet man in seinen ersten Wunsch. Ich verstehe, haha. Danke, Sora. Aladdin, was du hier machst? Das ist das selbe. Verzüge legendäre Schmerz. Ich habe nur eine Bescheid in der Cave of Wunders. Ich habe diese Magik-Karpette. Und diese Lampen. Legende hat es, dass jemand, die Lampen, die Lampen kann... Ich bin ein Wunsch. Patience, mein feinfeathered Freund. Any three wishes. Oh, one wish, a two wish, a three wish. Then I make like a banana and see it. Our lucky winner made his first wish. Well, let me tell you, what a doozy that wish was. Not really. Who has two love? No, Master! One you have for wish! Number... Two! Wortwörtlich, unsere Erfahrungspunkte wegschmissen. How about making me a fabulously wealthy prince? Wow! Money, royalty, fame! Why didn't I have that? Okay. Will you work for it? 100 Servants and 100 Handels loaded with gold. Just say the word, now deliver it in 30 minutes or less, or you're free! Hey, I'll even throw in a cappuccino. No thanks. Okay. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's this girl in Agrabah named Jasmine. But she's a princess. And I'm... She could never fall for a guy like me. Oh, princess? Jasmine? Oh, that's right. She's in trouble, Aladdin. What? Well, come on, let's get going! Okay, then we'll take... Let's take the last time by Donald... ...and then we'll take... ...donald with. It makes sense, right? ... 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 Okay, dann müssen wir jetzt hier einen Umweg nehmen. Wolltest du die Kamera? Sehr gut. Nur halt langsam bist du brauchbar. So, ich brauche ein paar Lebensverfahrungspunkte. Ich kann so gerne Analyse. Dann habe ich so die wichtigsten Sachen. Reflektor, Purzelbaum, Analyse. Und später ja noch die Überlebenssachen, die ich angesprochen habe. Ja, das ist so. Oh, Donald. Ich rief mal einmal nicht hin, ey. Ist auch schon wieder tot. Ich meine, besiegt. Was? Das ist ja glaube ich mal öfter, was ich mache. Ich habe gesagt, nein. Das ist ja einfach gut. Ich verstehe überhaupt nicht, was der sagt. Be free. Siehs. Man. Der raus, verdammt. Oh, ich hätte mich mal geschötet. Das war ich. Wie gut. Mein, dass ich auch immer noch auf hindern kann, war ich das nicht geworfen. genau rein ich war ein moment nicht hin dann ist schon wieder einer hier gibt es noch nicht nur jetzt sogar ankomme wir zu allen dienens haus weg wo freut mich nicht mal ich weiß ja so hintererst mir und dem schlüssel auch her schlüssel auch ich wünsche ich schon mal gehört zu haben ehrlich war es doch ist nur 200 jahre er geht immer so wir müssen mit der fahr aufhalten bevor es zu spät ist dazu also muss man hier lang wir müssen genau wir haben schon wieder der mp verballert maa hold on oh giftung ist da sechs nörder fahrzeuge Gut. Und ich gehe auch zähig. Dann kann ich ihn langreifen. Das ist ein bisschen Glück, finde ich. Okay, gut. Eine riesige Zeitverschwendung, finde ich. Das ist manchmal schlecht. Hier wahrscheinlich möchte ich allerdings dabei auf der Glückspilz. Wäre aber gut. Gute Erfahrung dafür geben. Bambam. Pfeuerin. Ich habe nicht gerade Feuer. Da bin ich blind. Ja. Da kann ich auch. Ich krieg nur Feuer. Antifa-Sachen. da habe ich nicht vergessen aber ich glaube jetzt ist hier drüber mit hier auf die tür auf dem film der auch hier das weg das schafft man in dem part Ja, da ist noch ein... Neu... Setzen deine Augen etwas hoch, nicht wahr? Zurück zum ganzen Städte-Ratt! Ich werde nicht mehr die Prinzessin verletzen. Jasmin! Sorry, Aladdin! So, wirf mal seinen zweiten Munch weg. Ich bide euch allen auf Wiedersehen. Also, wenn ich einen Untertitel... Ich was ging, Radma Zollerlein. Okay. Auf! Hilfe! 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 Schauen wir mal den hier. Der hat gerade so viele Gegner. Und Simba. Der ewige Kreis. Boah, der hier. Wunderbar schon. Ich war mal brüllen und... Dann ist er weg. Schuhe aus, Radma. Danke. Hör. 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 Ah, ja, echt. Ich hab mir einen einfacher vorgestellt. Mein. Was kann ich kaputt machen? Mach mal deinen Schwanz aus. Hör. Halt! Finger weg von dem! Der geht da nicht rein! Servus! Der ist sehr gut! Ich hab doch noch geschafft! Okay! So war es noch voll! Kampfstimmung! Hey! Na, Pause machen! Und dann packen alle Platz! Marginal! Zwei Idioten, ein Gedanke! Und zack! So, das reicht jetzt! Boink! Gelande! Was ist dies? Lp und Maximum MP steigen gering für euch! Angstlapp von Magie und Rufen steigt! Hm, könnte eigentlich Donald gebrauchen! Gelande! Mp, Lp! Und Inferno! Ja! Vergebt die Verteidigung zwar runter, aber egal! Egal! Du hast ja auch ein bisschen überleben können! Ja! Ja! Na gut! Dann würde ich sagen! Das war es dann in dieser Folge! Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts! Final Wax! Ich bedanke euch alle herzlich für's Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge! Das war's nicht so schön! Ich bin Verteidigung! Vielen Dank.